Franziska Wiese und Alexander Rybak Hallo, willkommen! Schön, dich heute hier zu haben. Was für eine gute Performance. Herzlichen Glückwunsch! Wie war es für dich? Ich war immer ein bisschen nervös, aber jetzt bin ich nervös, denn ich muss Englisch sprechen. Du kannst auf Deutsch sprechen. Ja, ich möchte auf Deutsch sprechen. Ich war sehr nervös, aber es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe es genossen, total. Wir haben zwei Tage in dieser Arena und haben so viele wundervolle Personen getroffen. Natürlich war ich auch sehr nervös. Ich bin sehr glücklich, dass alles so gut ging. Und die Publikum war wirklich, ich liebe sie. Ich habe gefragt, wie es war, wie der Auftritt war und er sagte, es war wunderbar. Sie haben mehrere Tage geübt, aber das Publikum war super und es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht auf der Bühne. Franziska, kannst du uns vielleicht kurz sagen, wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist mit euch? Also es ist zu der Zusammenarbeit gekommen, weil Alex hat ja schon 2009, oder war es 2009? Nein, ja. Da hat er den Eurovision Song Contest gewonnen und Fire Retail gespielt. Ich habe ja damals auch gesungen und Geige gespielt und wollte es gerne irgendwie zusammenbringen und wusste auch nicht wie. Und dann habe ich ihn gesehen und dachte, es geht irgendwie. Er hat mich bestärkt, einfach schon das zu tun. Und ja, jetzt dachte ich, okay, man könnte jetzt vielleicht auch ein Duett machen. Deutsch und Englisch wäre mal eine tolle neue Sache. Und ja, der Rest hat sich dann so ergeben und heute stehen wir hier mit Fire Retail. Passt ja auch super zusammen. Die Leute haben total gefeiert, die haben mitgemacht. Wird es denn da eine weitere Zusammenarbeit geben in Zukunft? Also wir haben ja unsere Maxi-CD rausgebracht, auch mit einem anderen Song. Kortik heißt er, der ist deutsch und russisch. Also wir haben schon noch mehr gemacht. Very international. Und ich denke, also wir sind beide glaube ich nicht abgeneigt. Wir mögen uns sehr. Aber wir wissen es noch nicht. Also wir lassen uns überraschen, wieso das Feedback einfach auch ist. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. We're really looking forward to it, to your next project. She has many good songs that are really original. I like her, she's an original person. And also this cooperation has started, because she and her team was creative and just send me, well, my manager a message. And I like the idea. So that's how things start with creative ideas. Alexander sagt, dass auch er beeindruckt war von den Songs von Franziska und dann sozusagen die Anfrage kam und er gesagt hat, er macht sofort mit. Vielen Dank euch. Habt einen schönen Abend. Have a nice evening. You too, thank you.